Warum spielt Hübi das Gooner-Spiel? Chat, ich würde googeln, aber ich kann's nicht. Gerade. Was heißt Gooner? Someone who practices Gooning in Form of Masturbation. That involves edging for a lot... Digga, was zum Fick? Junge, du spielst ein Spiel, wo eine Frau leicht bekleidet ist. Dir wird vorgeworfen, du hast ein krankes Masturbationsproblem. Okay. Bro, weißt du, es gibt auch Frauen im echten Leben, mit denen man so Spaß haben kann. Man muss dafür kein Videospiel spielen. Andererseits, du warst noch nie hier. Stell dir belebte Straßen rein. Richtig, Ryan, richtig. Vor allem, es gibt nichts zu rechtfertigen. Jemand kommt rein und sagt, Yo, du spielst so Spiele, weil du stundenlang masturbieren willst. So, was ist die Diskussionsgrundlage? So, was ist die Basis des Gesprächs, die du führst?